Unsere Vlog-Serie mit dem Bulli durch Bayern wird euch präsentiert von Roadsurfer, eurer Campervan-Vermietung mit Standorten in ganz Deutschland und Europa und Haida Deutschland, unserem Partner für professionelle Kamerafilter. Oh, was ist das da hinten, Micha? Was ist das? Was ist dieses helle Ding da am Himmel? Ja, das ist die Sonne, mit der heute überhaupt keiner gerechnet hat. Zumindest nicht vor 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr. Haben wir jetzt auch schon wieder Glück? Wir haben jetzt aber erstmal zu tun, Auto muss auch so sauber gemacht werden. Nur ein kurzer Blick rein, okay, wieder raus. Nur Jungs on Tour ist halt so eine schwierige Sache, gell? Morgen! Morgen! Wir haben übrigens gestern Abend ein Review zur X-T4 auf YouTube geschaut und haben jetzt erstmal gemerkt, dass unsere Videos wahrscheinlich bisher deutlich verwackelter waren, als sie hätten sein müssen. Da wir den Boost-Stabilisationsmodus aktiviert haben und der ist eigentlich nur dafür, wenn man die Kamera still hält. Genau, so wie jetzt gerade. So wie jetzt gerade quasi. Aber wenn man sich schwenkt und bewegt, soll dieser Stabil-Boost-Modus ziemlich scheiße aussehen. Deswegen haben wir den jetzt mal deaktiviert und hoffen, das sieht jetzt besser aus. Und heute machen wir mal einen kleinen Vlogging-Kampf. Machst du dir auch an? Ja, soll ich anmachen? Ich hab so glöd. War die nicht schon an? Nein, nein, die ist aus. Ah, okay. Kleinen Vlogging-Kampf. Nämlich... Osmo Action. Ja, für so ca. 400 Euro. Gegen Fuji X-T4 mit Objektiv für so ca. 2400 Euro. Mal sehen, was im Endeffekt die besseren Resultate liefert. Die Osmo Action ist auch ein bisschen nicht standardmäßig ausgerüstet. Denn wir haben der Kleinen ein Mikrofon verpasst. Und wir haben der Kleinen einen Adapter verpasst, um das Mikrofon anzuschließen. Und einen variablen ND-Filter spendiert, um gegebenenfalls ein bisschen cinematischere Aufnahmen zu erzielen. Mal sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Wir werden heute viel parallel mit den beiden Kameras filmen, damit wir das dann side-by-side nebeneinander legen können. Wir haben heute echt viel vor. Also, los geht's. Lass die Spiele beginnen. Den Weg hier, den kennen wir ja schon. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, 22.000 Schritte gemacht, als wir hier waren. Und heute werden's vermutlich vielleicht ein paar weniger. Mal sehen. Weil wir ja noch was vorhaben, was ihr noch nicht wisst. Ja. Wuuuuh. Ja, aber jetzt ist erstmal anstrengend angesagt. Vielleicht sind wir jetzt aber schon ein bisschen trainierter. Das wird auf jeden Fall, merkt man schon eine Verbesserung von Tag zu Tag. Auf dem Schrecksee können wir noch. Oh Gott, nee. Ah, ist der zu weit weg jetzt. Also, allzu weit ist es nicht. Aber der ist auf jeden Fall eine Nummer zu groß für uns. Wir trainieren jetzt die nächsten zwei Jahre fleißig. Und auch gemein können wir das dann auch mal schaffen. Und wir lassen uns von unseren Frauen ziehen. Ja, für uns heißt es jetzt schon wieder bergab. Weil wir brauchen ja schließlich Geld. Wenn wir das machen wollen, was wir machen wollen. Was wir versprochen haben, was wir machen wollen, aber noch nicht gesagt haben, was es ist. Jetzt ein großes Geheimnis ist. Wuuuuh. So, rauf geht's. Selbe Szene wie gerade eben. Aber jetzt haben wir das dicke YouTube-Money geholt. Ja, jetzt wird es noch schwerer den Berg hoch zu kommen. Mit diesen Millionen in der Tasche. Ja. Da sind ja meistens eher eine Goldbahn. Stimmt, wir werden ja nicht von YouTube eine Goldbahn bezahlt. Wir sind schneller um als gestern, oder? Ja, viel schneller. Wir sind jetzt auch völlig austrainiert quasi, kann man sagen. Also, olympische Spiele sind wir langsam fit für. Ja. Ankommen am Alpsee. David will mal schnell noch eine Table-Oops machen. Wie die die Wolken oder der Nebel so über die Berge ziehen und dann über den See. Ja, Fotografen sind ja anscheinend nicht so das Touristen-Klientel, was die hier so bevorzugen. Also Ruderbootsverleih, oh, das habe ich ja gerade geteasert, macht erst um 10 Uhr auf. Und das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich, weil man eigentlich im Grunde auch so frieden wie möglich immer seine Fotos macht. Bei uns ist es heute von der Wettelage her ein bisschen egal. Aber... Ja, jetzt gerade sieht es eh alles gleich aus. Heute Nachmittag soll es dann aufklaren. Aber wir wollten den Vormittag halt gerne nutzen, um mit dem Boot auf dem See zu fahren. Genau. Deswegen schwimmen wir jetzt ein bisschen. Wenn man halt richtig coole Aufnahmen machen will, muss man halt immer sehr früh aufstehen. Und um 10 Uhr ist dann halt gerade im Sommer einfach... ...vier zu spät. ...drei Stunden zu spät, vier, fünf zu spät. Ja. Wir haben hier gerade wieder Besuch. Die letzten schon. Die Enten mögen uns und die scheinen hier gerade zu frühstücken. Ich hoffe mal, dass der Schaum sauber ist. Weiß jemand von euch, was das für Schaum ist? Im Grunde können wir hier auch googeln. Aber nein, wir fragen lieber euch. Ich googles. Wir haben uns gerade belesen, dass dieser Schaum abgesondertes Eiweißfette und Polyhydrate von abgestorbenen Algen sind. Das heißt, das ist quasi ein vollumfängliches Festmalt für die Enten. So. Wir rudern. Wie versprochen. Wir haben uns hier das einzige rote Boot geschnappt, weil wir dachten, das ist ein schönerer Kontrast zum blauen See. Die anderen sind halt alle blau. Und wir versuchen mal, was unsere Arme so hergeben. Ansonsten gibt es auch noch Tretboote. Rutschenboote. 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 Das Ruderboot kostet neun Euro die Stunde. Und man kann es auch maximal eine Stunde aus sein. Das ist auch irgendwie bisschen. Bisschen schade, weil wir. Das Tieren doch. Der lässt auch nicht mit sich verhandeln. Wir Schwächlinge wahrscheinlich in einer Stunde gerade so einmal hinter und wieder zurückkommen. Wir wollen ja wenigstens bis zu der Insel mit dem Haus mit dem roten Dach draufsteht. Oh. Bis zu der Insel, wo das Haus mit dem roten Dach draufsteht. Hast du gerade schon gesagt. Ich war eigentlich auch nicht flüssig. Ich rudere erst mal. Sprüge rein. Achso. Ich dachte, du sprichst rein. Okay. Komm rein, los. Ja. 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 Den Tipp mit dem Boot hat uns auch noch der Marco gegeben. Ja. Den wir kennengelernt haben am Obersee. Und den setzen wir jetzt um. Sieht gut aus? Ja. Ja. Stärker. Boah. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Alter Sklavenschreiber. Und hopp. Ich bin hier der Steuermann. Weiter nach da. Ja. Links stärker. Genau. Und hopp. Dreizeitig. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Ja, David hat seinen Spaß hier beim Rudern. Und ich, armes Kind, muss dir zugucken. Boah. Das geht mir schlecht im Leben. Rückweg ist dein Weg. Mich ja warmer Ruderer, der Sack. Mehrere Goldenteile abgeräumt. In meiner Altersklasse damals in der Jugend war das halt noch. Hab das, glaub ich, bis so 16 gemacht. 15, 16, weiß nicht mehr genau. Und dann hab ich halt aufgehört. Nach zwei Goldmedaillen. In Thüringen Meisterschaften, wo ich in meiner Altersgruppe alleine war. Ja, sonst hätte ich's wahrscheinlich nicht geschafft. David kippt sich echt Mühe, gell. Aber gut gemeint. Das hat nicht immer gleich gut gemacht. Hat sich echt angestrengt. David hat sich echt angestrengt. Aber... Hinten war jetzt auch schon ein gelbes Ruderboot auf uns. Also so ein Fredboot. Und mit David ist das... Wir hoffen mal, dass wir saubern sich über den Spots. Unsere Aufnahmen. Aber... Wird schon irgendwie passen. Die wirken jetzt nicht so Foto interessiert. Die wollen halt eher einen schönen Ausflug machen. Und ich denk mal, da werden die uns ja nicht so sehr an die Quere kommen. Wir wollen jetzt die Mavic hier starten. Sind jetzt hier noch auf dem Alpsee mit unserem Ruderboot. Wir werden dann gleich noch ein bisschen Active Track machen. Mir geht ein bisschen die Muffe, weil ich noch nie von dem Boot aus die Drohne gestartet habe. So ein bewegender Homepoint ist immer ein bisschen schlecht. Aber wir sind ja hier ziemlich in der Mitte. Oh. Da sollte eigentlich dann nichts passieren. Weil wir ja die Drohne eigentlich fast überall im Blick haben hier, wenn wir jetzt über den See fliegen. Ja. Genau. Der Empfang dürfte hier sehr, sehr stabil sein. Und wenn er mal kurz abbrechen sollte, sollte man den aber dann irgendwann wieder eingefangen bekommen. Und andere haben das ja auch schon erfolgreich hinbekommen. Deswegen schaffen wir das auch. So. Hast du alles drauf? Ja, ich denke. Du bist mir jetzt schon fertig. Du bist mir jetzt schon ein bisschen gerendet. Jedenwer sind im Kopf, weil wir das ja auch rausjauchen. Ja. Ich meine Danke ist doch mit der Laddweil, die ich! Ich bin jetzt irgendwie für die Hälfte dabei. Ich bin jetzt mal wieder am Naja. Ich bin jetzt mal wieder zufrieden. Du bist du eine Naja oder Naja. Ich bin jetzt mal wieder am Naja. Ich bin jetzt mal wieder am Naja. Und dann gerne noch die Naja, Lew. Das ist vermutlich hier vorbei. Ich bin jetzt nur anhältig. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das kann man jetzt gerade nicht so gut erkennen. Micha hat gut zu tun. Hier ist dieses wunderschöne, kleine, süße Häuschen. Ich glaube, hier machen wir jetzt mal unseren Trappelsauern. Micha, hältst du mal dieses Gefährt an? Dankeschön. David holt jetzt gerade die Strolle zurück auf unser Boot. Unter Einsatz seines Lebens wird er das Ding jetzt fangen. Nein, eine Möglichkeit ist sicher hier sehr klein. Schau hier. Da hat jemand Angst. Drohne lebt. Micha nicht mehr ganz. Wir haben auf der zweiten kleinen Insel da gerade ein Pärchen entdeckt, was irgendwie so aussah, als hätten die in der Insel übernachtet. Ja, das war auf jeden Fall ein junges Pärchen. Wahrscheinlich kann man das bieten. Muss man mal gucken. Das wäre auf jeden Fall eine echt coole Sache. Der hatte auch eine Kamera mit Stativ dabei. Und ja, jetzt müssen wir leider wieder zurück, weil unser Stündchen schon vorbei ist. So, ich ruhe mich aus. Micha rudert. Und kannst du dich mal ein bisschen beeilen? Ich glaube, wir müssen in fünf Minuten zurück sein. Zieh mal ein bisschen an. Ich zieh den Finger. Das gibt wieder Gold. Der Ruder-Gold-Medaillengewinner, der keine Konkurrenz hatte. Also war wirklich eine schöne Sache, das Rudern hier. Aber eine Stunde, viel zu kurz. Ja, viel zu kurz. Also man kann eigentlich nirgendwo mal kurz stoppen und ein Foto machen oder sowas. Dafür ist die Zeit einfach nicht da. Wenn man jetzt nicht gerade wie wir eine Drohne hat und einfach nebenbei mit rumfliegen kann, ist das fast unmöglich. Und anlegen darf man sowieso nicht. Der übelst nette Herr vom Bootsverleih hat uns gesagt, das würde 500 Euro Strafe kosten. Wir haben uns jetzt gerade gefragt, was wäre denn, wenn wir einfach das Ding für länger als eine Stunde behalten? Weil im Endeffekt kann ja keiner dagegen was sagen. Bezahlt haben wir. Bezahlt haben wir. Wir stellen es dann einfach wieder hin und spazieren raus. Ja. Als ob der weiß, welches Boot genau wer wann geholt hat. Ja, unsere Namen weiß er nicht. Unsere Namen weiß er nicht. Nur, dass wir die Einzigen waren mit einem roten. Ja, wir können ja einfach die Drohne anlegen und gehen. Ja, im Endeffekt schon. Wir können einfach da drüben irgendwo an die Seite fahren, lassen das Boot dort stehen. Und dann sollen sie sich selber darum kümmern, wie sie es wieder kriegen. Aber ist halt verboten anzulegen. Und da wir uns ja immer an die Gesetze halten, empfehlen wir das auch nicht. Und Michael, da ist der Bootsverleih. Da steht unser wunderschönes Boot. Wir sind zurück. Und jetzt auf zum Essen. Genau, endlich. So, wir sind wieder raus aus dem Boot. Haben wir euch ja schon gezeigt. War ganz schön. Ähm, positive Bewertungen können wir der ganzen Sache. Aber aufgrund der Unfreundlichkeit, der Tatsache, dass man nicht eingewiesen wird, nicht geholfen bekommt, beim Reinsetzen, beim Rausziehen, gar nichts. Also, wofür die das Geld kriegen? Na ja. Und am meisten Ärgerlichkeit ist, wenn man wirklich nur eine Stunde haben kann. Und er sich damit auch nicht mit sich vorhanden lässt. Gerade wo jetzt so wenig los ist hier, wäre es ja eigentlich angebracht. Aber eine Stunde maximal. War ganz streng. Ja. 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 Von der Firma ziemlich cool. Ich weiß nicht. Man freut sich da irgendwie über, wenn man einen anderen Road-Sover sieht. Komisch. Das ist irgendwie wie eine Familie. La Familia. So. Jetzt laden wir hier unser Zeug ein. Sieht schon wieder nicht mehr so ordentlich aus wie vorhin. Und dann suchen wir uns mal ein Plätzchen, wo wir in Ruhe braten können. So. Wir haben mal wieder Feuer gemacht. Wir wollen jetzt noch mal was braten. Ähm. Ja. Unser ganzes Bratgut ist auf jeden Fall zu viel. Wir wollen jetzt aber auf jeden Fall mal alles durchbraten. Das gucken wir morgen dann noch was oder am Abend. Wir haben ja auch viel Hunger. Gerade für Leute, die sich sonst nicht bewegen. Dickerchen. Wollen wir noch einen Nudelsalat machen, Micha? Können wir machen. Okay, dann los. So. Essen dreht. Und wir haben Marte Zeit. Ja. Ich bin Paul wieder. Gucke jetzt, dass ich mein Handy ranhole und gar nichts mehr mache. Paul kocht das Wasser schon? Ach ja, ich koche doch noch. So, wir haben Grillkäse. Wir haben Berner Würstchen, so heißen die hier. Umwickelt mit Schinken. Ziemlich lecker. Und wir haben Cevapcici. In Anlehnung an unsere guten alten Kroatien-Urlaube. Als wir beide noch nicht so richtig fotointeressiert waren. Wir machen dazu noch einen Nudelsalat. Der Nudelsalat ist ganz einfach. 500 Gramm Nudeln. Vierteser Becher Joghurt. Und ein Becher Fleischsalat. Ein Becher Fleischsalat. Ist auf jeden Fall ein gutes Rezept für das Camping. Weil es schön leicht und einfach geht. Zack dran. Vierteser Becher. Dann Becher Fleischsalat. Der einfach ein bisschen verkottet aussieht. Und dann noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und schon ist es fertig. Also da braucht man sich auf dem Campingplatz dazu. Nicht schämen. Das heißt, wir sind ja noch nicht mal auf dem Campingplatz. So. Das Ganze jetzt bemühen und dann ist gut. Und wenn ihr könnt, macht das einen Tag vorher. Denn der schmeckt richtig schön durchgezogen. Noch mal eine ganze Ecke besser. Oder halt macht so viel, dass ihr am nächsten Tag auch noch was davon habt. So, der Grill hat uns ein bisschen im Stich gelassen. Deswegen versuchen wir jetzt mal unser Glück in der Pfanne. Und dann gibt es noch Putengeschnetzel statt Putenspieße. Micha genießt schon seinen Nudelsalat. Er hat natürlich mit Amerika und Tomate drangeschnitten. Einfach weil wir halt noch so viel übrig haben. Und es ist halt auch einfach dann gesünder und leckerer. Wir hatten erst Angst, dass es ein bisschen pfeffrig war. Aber hat alles gut gepasst. Schon fast alles. Wenn wir jetzt wieder so viel Aufwasch produziert haben, haben wir jetzt gerade eine Idee ausgekaspert. Wir fahren noch mal auf den Campingplatz, wo wir heute Nacht übernacht haben. Und wo wir heute um 11.30 Uhr raus mussten, fahren wir jetzt einfach noch mal hin, stellen uns da vorhin, nehmen wir das Zeug, gehen rein, machen ein bisschen Körperpflege und machen auch noch das Geschirr sauber. Die meisten Campingplätze kontrollieren da nämlich überhaupt nicht. Ja, die haben da zwar meistens irgendwo Schilder stehen, ne, nur für Camper oder für, ja, für Leute, die ja jetzt übernachten. Das war aber so, so teuer. Ich denke mal, das können wir uns auch dort noch mal leisten. Das ist, glaube ich, ein Preis mit drin. Und dafür, dass wir quasi nur im Regen dort standen und eigentlich nichts genutzt haben, außer einmal duschen und einmal aufs Klo gehen, sollte das auf jeden Fall machbar sein. Das hat alles so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben. Paranoid ist man trotzdem immer mal ein bisschen. Und, ja, wir fahren jetzt auch wieder hoch zum, zum Alpsee. Da gibt es noch so einen kleinen Nebensee. Ach, mit F fängt der an. Fleißsee, wartet. Guck kurz nach. Das ist der Frillensee. Ja, da wollen wir jetzt mal noch hingucken. Da gab es bei Instagram auch noch ein paar cooler Bilder, beziehungsweise bei Google Maps. Und das wollen wir jetzt auch machen. Zumindest mal abchecken, weil wir haben jetzt gerade noch viel Zeit, bis es abends ist. Wir wissen gerade noch nicht so richtig, wohin. Wir wollen eigentlich bis zum Sonnenuntergang am Alpsee bleiben. Genau. Aber da wäre vielleicht noch gut, wenn wir die Mavic 2 Akkus vorher noch mal voll machen. Wird man eigentlich die ganze Zeit schon machen können. Ja. Sie haben ja vorher zwei leer geflogen. Deswegen stecken wir die jetzt mal noch mal dran. Damit wir nachher vielleicht wieder vier volle haben oder zumindest drei. Ja. Gut, bis dann. Hey, wir müssen ganz leise sein. Wir haben das heute früh schon gesehen, aber da haben wir es euch nicht gezeigt. Aber jetzt sind die immer noch hier. Und zwar läuft hier am Alpsee irgendwie gerade ein kleiner Fotoshoot. Wir denken irgendwie all die Outdoor-Klamotten oder sowas. Sieht zumindest so ein bisschen wieder aus. Ich zeig euch das mal schnell. Riesenproduktion mit Sunbounce und und so weiter und so fort. Garderobe mitgebracht. Vorhin noch ein Zelt aufgebaut gehabt. Und jetzt sind die hier um den Alpsee unterwegs und machen da wahrscheinlich Fotos. Vor allem der Paparazzi-Style. Weil sonst einfach nicht genug Boote da sind. Und wenn dann noch mehr Boote da hinstellt, dann wird es halt auch irgendwann unter sein Boot zu fahren. Weil es dann zu voll wird. Und es ist jetzt schon echt extrem viel los, gell. 100 Boote hat jetzt vielleicht noch ein Viertel oder so bei sich am Bootssteg. So ihr Lieben. Also vermeidet den Alpsee zur Mittagszeit so gut es geht. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur am Feiertag liegt. Wird am Wochenende wahrscheinlich nicht anders sein. Aber hier ist so viel los jetzt. Aber ich glaube, es ist wirklich immer noch ein Rauch von dem, was möglich ist. Ja, wenn die Grenzen offen wären. Wenn gerade nicht Corona wäre, wäre wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr los. Wir werden jetzt sehr komisch angeguckt. Fühlt sich auch ziemlich komisch an, weil sonst haben wir eigentlich immer eher unsere Ruhe. Aber naja, muss man durch als Leuch. Heute ist schon mal deutlich besseres Wetter. Man sieht Berge, Wolken, Sonnenschein. So, es ist Mate-Zeit. Wird ich sagen. Wir sind dort angekommen, wo wir hinwollten. Wahrscheinlich, also wir denken mal, das hier ist der Main-Attraction-Instagram-Spot. Drüben gibt es auch noch einen schönen Spot auf so einem süßen Steinchen. Den gucken wir uns nachher mal an. Hier fliegt gerade mega schön so viel Pollen in der Luft rum. Und wir breiten jetzt mal hier in der Lage aus. Sicher kundschaftet mal ein bisschen den See aus. Beziehungsweise er sucht Spots, die wir uns auf Instagram abgeguckt haben. Und ich sitze hier. Er erinnert mich gerade so ein bisschen an Island. Da war er ja auch mal eine ganze Weile auf Spotsuche. Und ich habe gehofft, dass er irgendwann wieder zurückkommt. Aber hier habe ich ihn wenigstens im Blick. Planänderung die 2000. Wir bleiben jetzt doch nicht hier. Wir gehen noch ein bisschen rüber. Da drüben ist so ein spitzer Stein. Den sieht man bei Instagram relativ häufig. An den Spots setzen wir uns auch gleich. Es hat jetzt gerade schon wieder ein bisschen angefangen zu nieseln. Das Leiden sind wir aber gewohnt. Seht mal wie klar das Wasser hier ist. Wie glatt es sich gerade spiegelt. Man kann ja den, ich glaube immer noch den Forellen zugucken, wie sie auf dem Boden nach Futter suchen. Wunderschön. Location Wechsel. Micha steht da oben. Wie ist dein Spot so? Okay. Die Wolken verdecken halt noch so ein bisschen so. Die brennen dann halt gleich aus. Das ist halt ein bisschen doof. Die sind ja schon so ausgebrannt mit einem normalen Auge. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Vielleicht noch eine Etage tiefer hier so auf der mittleren Höhe. Und ich denke da habe ich dann einen richtig coolen Spot. Das hier ist der Stein. Den ihr auf fast allen Instagram Fotos vom Alpsee sieht. Da steht meine Kamera und macht so eine schöne Timelapse in die Richtung. Mit den Wolken, die über die Zugspitze ziehen. Mit der Sonne, die so ein bisschen die Berge und die Bäume beleuchtet. Mal sehen, was am Ende rauskommt. Wir haben gerade den Newsflash gedreht. Den habt ihr euch schon vor Monaten angeschaut wahrscheinlich. Ja, trinken jetzt noch mal kurz was. Und dann machen wir hier auf jeden Fall mal Fotos. Wir sind jetzt ein bisschen hinter dem Hotspot hergelaufen. Weil hier A weniger Leute sind und wir in Ruhe hier treten konnten. Und B haben wir dann halt entdeckt, wie ruhig hier hinten das Wasser ist. Und wie geil die Spiegelungen hier sind. Also noch mal besser, aber halt der Vordergrund fehlt ja nichts. Das stimmt. So. Oh. Da springt das nächste. Bitchlein. Ja, so ist gut. Jetzt werden die Bedingungen immer besser. Jetzt wo wir eigentlich gerade zusammenpacken wollten und gehen wollten. Du wolltest gehen. Ich wollte Fotos machen. Da bleibt die Uhr weg. Oh, eine mega Reflexion gerade. Aber nur die Insel, gell. Der packt gar nicht. Ja, nur die Insel. Schade. Mega schön, ey. Es ist wohl auch so ein Aufgangspot, gell. Wir haben nochmal die ganzen Instagram-Bilder so gecheckt, die so am hochwertigsten sind. Und wir müssen sagen, Sonnenaufgangspot. Aber das Ganze halt natürlich auch nur bei schönem Wetter. Und nicht. Jetzt haben wir halt morgen. Einen Tag haben wir noch. Einen Morgen haben wir noch. Der soll halt auch richtig gut werden. Und da ist jetzt die Frage. Geroldsee? Geroldsee oder Alpsee? Wir sind uns natürlich ganz einig. Jetzt ist eigentlich hier das perfekte Timing. Diese Reflexion ist einfach mega. Der Berg sieht geil aus. Die Reflexion sieht geil aus. Micha sieht geil aus. Nur leider, der Berg reflektiert sich leider nicht so im Wasser. Das ist echt ein bisschen schade. Aber man... Ey, es ist super. Okay. Hat sich das Warten gelohnt, gell? Ich finde schon, ja. Mal gucken, wo wir morgen früh hingehen. Ob wir nochmal hier hin oder zum Geroldsee. Wir haben ja eine Umfrage gemacht bei Instagram. Mal gucken, was da rauskommt. Ich habe Micha gerade einmal um den halben See gejagt. Damit er sich jetzt dort hinstellt für ein schönes Foto. So. Ich mache mich jetzt auch auf den Weg davor. Mal sehen, ob ich schneller bin als Micha. Oder ob ich nicht hinfalle und die Fuji XC4 einfach mal unangespitzt in den Boden ramme. Mal sehen, wie das überhaupt aussieht, wenn man damit rennt. Mal sehen. Auf so einem Switchport. Ich bin auch erfolgreich vorgesprintet, ich hoffe Micha hat auch ein paar schöne Fotos Ich habe das von mir gemacht als Model und die Sonne die funzelt mich hier gerade an, das fühlt sich richtig richtig gut an im Gesicht Sehr schön und das ist die Kulisse hinter mir, die Zugspitze da oben, draußen ist es ein bisschen windig und wellig aber hier drinnen in der kleinen Lagune mit dem Hinkelstein, mega schöne Reflektionen im Wasser David und Micha haben fertig für heute Wir haben uns jetzt wieder in den Wald hinein gewagt Wir denken das ist der kürzere Weg, aber ob wir ihn auch finden, das ist halt unsere Frage Heute regnet es wenigstens nicht Wir hatten ja bei Instagram eine Umfrage, wo sollen wir morgen früh zum Sonnenaufgang hin, zum Geroldsee oder zum Eibsee Die Mehrheit hat gesagt Eibsee Bis jetzt Wir haben gesagt Geroldsee Ist uns egal Gut, ihr habt entschieden, wir haben nicht gehört Ja, weil wir denken einfach wir waren jetzt den zweiten Tag am Eibsee Haben heute den kompletten Tag hier verbracht und hatten schon den Tag mit der Mutti Stimmung und dem krassen Regen am Ende Und noch ein dritter Vlog Eibsee ist dann irgendwie zu viel Wir waren jetzt auch geschlagen 6 Stunden hier, gell? Also im Vlog kann man das vielleicht gar nicht einschätzen, aber wir sind seit 13 Uhr hier Jetzt ist es um 8 Wir haben den Newsflash gedreht Wir sind seit 7 Stunden hier Wir haben den Newsflash gedreht Wir haben ein Osmo Action Vlogging Video gedreht Wir haben gechillt, Mate getrunken, gewartet, dass das Wetter besser wird Ja, also wir haben heute echt das volle Programm Eibsee gehabt Und jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen über, oder? Ja Ja Wir haben jetzt auch ein recht cooles Foto vom Geroldsee haben wir schon Aber wir hoffen, dass es halt noch besser geht Und wir hoffen auch, dass heute vielleicht noch eine Sternennacht kommt Und ich finde es gerade scheiße, dass wir durch den Wald gelaufen sind Wieso ist denn da drüben der scheiß Weg? Wie leicht ist denn das? Ach, da ist er Ja, da drüben Ich finde es gut, dass wir durch den Wald gelaufen sind Wie leicht ist denn das? Total easy Sagen sie aber alle Wir hatten ja eigentlich vorhin schon mal was gesagt von Eventuell heute Nacht noch Astrofotos Momentan stehen die Chancen dafür gemischt Wir haben teilweise blauen Himmel, teilweise noch ein paar Wolken Und was ist jetzt der Plan? Was wir jetzt machen? Wir wollen jetzt essen gehen erstmal Es ist halt abends um 8 Bis wir da beim Auto sind Und bis wir dann bei einer eventuellen Gaststätte sind Es ist mindestens um 9 Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da auch eine Gaststätte finden Oder eine Wirtschaft, wie man hier in Bayern sucht Die auch noch offen hat Ich check das jetzt gleich mal Verkugel Ich bin dein Freund Ja, ich bin dein Freund